liebe leute ich bin es noch mal der tuffi ich möchte euch einen kleinen nachtrag zum angebot zeigen und zwar heute gibt es ein neues update auf die version 0027 das könnt ihr von dem stand 26 aber nicht so einfach updaten das heißt ihr müsst euch das von der website neu runterladen also ihr könnt den an bord ganz normal updaten indem ihr das einfach noch mal runterladet normalerweise würde das update von selbst kommen das funktioniert aber so hier nicht wenn ihr jetzt hier sagt update und update dann gibt es hier diesen error also nicht wundern ist ganz leider normal ich glaube da haben die jetzt irgendwas verändert und es gibt ein paar neue updates zum einen kann es sein dass der bot bei euch nicht connected wenn ihr dieses problem habt dass hier steht disconnecting sie musst du keine ahnung ja trein also server dann macht ihr folgendes ihr klickt hier oben auf credit essentials sagt jetzt hier bei bot login und wählt hier einen anderen port aus standardmäßig sehr port 80 ausgewählt dann müsst ihr hier mal den port 6667 ausprobieren wenn er nicht geht eventuell den 443 habe ich nämlich auch schon jetzt bei ein paar leuten gehört dass sie sagen der port geht nicht ich muss diesen nehmen sonst kriege ich bei twitch immer raus also spielt hier mit bei mir geht jetzt dieser 6667 ist der standard port das könnt ihr jetzt bei beiden accounts machen das connecten wir auch google connect connecten wir auch das ist wie gesagt ich werde da in vierten teil noch mal darauf eingehen was es jetzt hier noch alles an zuhör gibt wenn ich noch gar nicht vorgestellt habe und hier ist wie gesagt schon wieder ein update 0 28 ja also wie gesagt ihr seht es geht hier dauernd geht hier dauernd voran neue produkte neue patches ihr erfahrt es hier drüber wenn ihr auf extra auf update drückt und hier werden eben auch ein paar dinge erklärt was jetzt hier gemacht ist mit den ad points da hat es ja auch ein paar probleme gegeben ihr müsst einfach ein bisschen am ball bleiben das produkt wird durchgehend weiterentwickelt was ich euch eigentlich zeigen möchte und das hattet ihr mich so oft gefragt es geht um wie blende ich die musik ein ja es gibt verschiedene tools die das können aber das braucht man für den angst nicht sondern das wird im song im programm in dem ordner da wo ihr das installiert habt den angst im normalfall bei mir war das zum beispiel unter benutzer dann den ein haupt benutzer dann gibt es den punkt app data es kann sein dass der nicht angezeigt wird app data dann müsst ihr hier bei den windows einstellungen auf optionen drücken und dann bei ansicht die runterscrollen und sagen versteckte dateien anzeigen hier unten das kommt herunter da gibt es jetzt hier so ein partner der heißt versteckte dateien und ordner da müsst ihr ausgeblendete dateien ordner und laufwerke anzeigen da müsst ihr hier in punkt setzen ja wenn ihr das gemacht habt dann gibt es hier einen versteckten ordner der ist so ein bisschen bisschen grau der heißt app data in meinem fall habe ich das einfach auf standardmäßig installiert dann findet ihr das unter ihrem benutzer meinem fall ist das hier felix app data dann heißt das roaming dann heißt der punkt hat das ist der ordner wo das installiert wurde und dann heißt das antwort revision to ja wenn ihr reingeht da ist der antwort installiert wenn ihr nicht wisst in welchem ordner ihr ein antwort installiert habt dann macht ihr einfach folgendes ihr macht einen rechtsklick auf den antwort auf den auf den link auf eurem desktop und sagt einfach eigenschaften und guckt wo das ziel ist hier wo der antwort installiert ist in diesem fall ist das c users felix app data roaming hart r2 und dann ist da die echse drin so findet ihr das müsst einfach gucken in welchem ziel das wo das ausgeführt wird wenn ihr in diesem ordner seid dann findet ihr hier unter diesem punkt der heißt twitch da findet ihr einmal die datenbank drin das ist halt eine sql datenbank wo die ganzen punkte und special effects und was ihr alles einstellt wo das abgespeichert wird brauchen wir nicht wir brauchen den punkt feils und in dem punkt feils findet ihr eine textdatei die hier die den letzten song beinhaltet corinth song jetzt machen wir folgendes wir brauchen unser obs gehen hier bei quellen hin machen einen rechtsklick irgendwohin sagen hinzufügen sagen text sagen jetzt song weit wegen und sagen hier nutze text aus datei und da müsste den gleichen ordner noch mal suchen das ist jetzt hier nicht das richtige das ist vom twitch alerts wir waren auf dem punkt c lokaler datenträger c benutzer dann den felix dann den punkt app data dann roaming dann angang 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 hart hier dann angbott revision to twitch falls da steht let's apple in the rain song das habe ich in meinem tutorial part 3 ganz kurz angespielt da seht ihr das was da eingeblendet ist dann könnt ihr das hier auf laufband etc pp stellen und an die stelle schieben wo ihr das denn gerne hin haben möchtet das kennt ihr man könnte jetzt sagen ich möchte dieses verschieben wenn das hier oben links irgendwo auftaucht dann könnte das jetzt in eurem overlay anpassen an die stelle wo er es hin haben möchte so einfach funktioniert das wie gesagt es versteckt sich hier in dem programm drin ihr müsst einfach nur einmal hier rein gucken wo ihr hier was findet das ist wie gesagt nicht kompliziert ich habe euch das jetzt vorgemacht macht kurz stopp dann könnt ihr euch angucken wo er das installiert habt wenn ihr nicht weiter wisst rechtsklick auf den antwort gucken wo geht der die verknüpfung hin und wenn ihr das jetzt einmal updaten wollt müsst ihr das leider einmal neu runterladen und drüber installieren tut mir leid aber da kann der entwickler kann ich nichts so ist der entwickler hat das finde etwas komisch gemacht okay das wollte ich euch nur zeigen da da habe ich zwei fragen zu gekriegt und da wollte ich jetzt mal ganz kurz fünf minuten video zu machen in diesem sinne bis zum nächsten mal und ihr seht ich nehme gerade was neues für euch auf nämlich das hier das heißt die bot ja kennt man vielleicht bin ich gerade beide aufzunehmen dauert aber noch ein paar tage bis das online kommt ja in diesem sinne macht's gut tschüss leute 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 leute